Netflix forever, mysteriöses Video deutet lebenslanges Abo an Video-Streaming-Dienst Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat ein mysteriöses Video veröffentlicht, das Abo-Fantasien beflügelt. Im Clip ist der Schriftzug Netflix forever zu sehen und auch ein weiterer Hinweis deutet auf eine lebenslange Mitgliedschaft. Wir verraten euch, wann das Rätsel um das Video gelöst wird. Die Medien überschlagen sich und Streaming-Fans sind aus dem Häuschen. Netflix hat ein sonderbares Video auf seinem Facebook-Kanal veröffentlicht. Es trägt den Titel Netflix forever. Es soll angeblich eure Chance auf eine ewige Mitgliedschaft für Netflix sein, worauf auch die abgebildete Mitgliedskarte deutet. Mehr soll am 1. März 2018 verraten werden, gut Gewinnspiel oder eine richtige Mitgliedschaft? Das Teaser-Video verrät den Zuschauer allerdings nicht, ob es sich nun wirklich um eine lebenslange Mitgliedschaft handelt oder um ein Gewinnspiel. So eine Mitgliedschaft dürfte aufgrund von vielen Eigenproduktionen und Serienfilme-Lizenzen von Netflix für den Nutzer teuer werden. Alle Top-Serien von Netflix, Sky-Ticket, iTunes und Amazon-Videoserie in TV oder als Livestream empfangen. Hier findet ihr alle Top-Serien von Netflix, Sky-Ticket, iTunes und Amazon-Video. Jetzt stöbern bleiben wir also gespannt auf die Ankündigung von Netflix. Solltet ihr euch bis dahin noch mit Binge-Watching die Zeit vertreiben wollen, findet ihr im verlinkten Artikel aktuelle Top-Serien und neue Erscheinungen bei Netflix. Unsere Netflix-Empfehlungen 21 Einträge Wer seine Lieblingsserien und Filme bei Netflix streamen will oder bereits streamt, interessiert sich vielleicht auch für einige Tipps aus unserer Redaktion. Einige Serien und Filme aus der Serienempfehlungen Das könnte dich auch interessieren Informationen zum Artikel Dieser Artikel wurde mit den Schlagworten Livestreams, Netflix und Streamingportale versehen.